Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, deine Tagträume führen dich oft an Orte. Die weit jenseits der Grenzen von Zeit und Raum liegen. Deine romantische Natur sehnt sich danach, in eine Welt der Fantasie zu entfliehen und sich von der Realität des Lebens abzuwenden. Nimm diese träumerische Seite von dir an und mach mutige Schritte in Richtung dessen, was deine Vorstellungskraft fesselt. Anstatt dich von anderen niederdrücken zu lassen, inspiriere sie dazu, deine Träume und Wünsche zu teilen. Inmitten all der wunderbaren Dinge, die in deinem Leben passieren, solltest du daran denken, dass deine Gesundheit von größter Bedeutung ist. Sei dankbar für dein Wohlbefinden und unternimm bewusste Schritte, um es zu erhalten. Vermeide unbewusstes Verhalten, das zu Krankheiten oder Unfällen führen könnte. Es ist wichtig, dass du deine Gelenke gut schmierst, indem du viel Wasser trinkst und gesättigte Fette wie Vollmilch, Käse, Butter und Sahne vermeidest. Entscheide dich, wann immer möglich, für gesündere Alternativen wie Olivenöl. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du einige Schlachten verlierst, bietet sich dir heute die Gelegenheit, einen wichtigen Sieg zu erringen. Wenn du beharrlich bist und eine positive Einstellung bewahrst, wird der Erfolg in greifbare Nähe rücken. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten und konzentriere dich auf das Erreichen deiner Ziele. Heute fühlst du dich vielleicht besonders sensibel. Du könntest in die Versuchung kommen, dich in deinen Schutzpanzer zurückzuziehen und zynisch zu werden. Sich auf unbestimmte Zeit zu verstecken, ist jedoch keine nachhaltige Lösung. Gehe ein kalkulierbares Risiko ein und tritt an die Öffentlichkeit. Vielleicht entdeckst du, dass die direkte Konfrontation mit Herausforderungen zu schnelleren Lösungen und positiven Ergebnissen führen kann. Vielleicht triffst du heute auch auf eine Situation, die zunächst Frustration und Ärger auslöst. Es könnte ein unerwarteter Rückschlag oder ein Missverständnis sein, das diese Gefühle hervorruft. Im Laufe des Tages wirst du jedoch erkennen, dass in dieser Herausforderung eine Chance für persönliches Wachstum und Selbsterkenntnis liegt. Mach dir die Macht der Perspektive zunutze und lenke deinen Fokus auf die positiven Aspekte der Erfahrung. Anstatt dich mit dem Ärger zu beschäftigen, nutze ihn als Treibstoff für ein neues Gefühl der Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit. Denke daran, dass jedes Hindernis eine Chance ist, darüber hinaus zu wachsen und deine innere Stärke zu nutzen. Nimm diesen Moment der Schwierigkeit an und du wirst mit einem tiefen Gefühl der Errungenschaft und Positivität daraus hervorgehen, das dich auf deinem weiteren Weg stärkt. Die heutige Konstellation zwischen Löwe-Sonne und Wassermann-Mond verspricht viele Überraschungen, vor allem im Bereich der Beziehungen. Der Vollmond könnte an vielen Fronten für Aufruhr sorgen und dich dazu bringen, deine Partnerschaften und Seelenverbindungen zu erkunden. Das Thema des Tages dreht sich um den Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein, angetrieben von der Wassermannkraft, die echte Verbindungen mit anderen fördert. Abschließend möchte ich sagen, dass du, Jungfrau, deine Tagträume und deine romantische Sehnsucht, in eine Welt der Fantasie zu entkommen, ausleben kannst. Verfolge das, was dich inspiriert, und ermutige andere, deine Träume zu teilen. Sei dankbar für die guten Dinge im Leben und lege Wert auf deine Gesundheit. Bleibe positiv, sei beharrlich und glaube an deine Fähigkeiten, Herausforderungen zu meistern und den Sieg zu erringen. Gehe kalkulierte Risiken ein, stelle dich Herausforderungen direkt und suche nach Lösungen. Nimm die transformative Kraft von Hindernissen an und nutze sie, um dein persönliches Wachstum und deine Widerstandsfähigkeit zu fördern. Verbinde dich mit anderen und erforsche die tieferen Bindungen in deinen Beziehungen. Lass dich von den kosmischen Energien durch einen Tag voller Überraschungen führen und versuche, Teil einer harmonischen und authentischen Gemeinschaft zu sein. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Stäbe steht für Action, Abenteuer und eine kühne und leidenschaftliche Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Stäbe spüren kannst, die ein starkes Verlangen nach Aktion und einen Sinn für Abenteuer beinhaltet. Es bedeutet, dass du deine Ziele mit Begeisterung verfolgen und kühne Schritte in Richtung deiner Träume machen solltest. Der Ritter der Stäbe ermutigt dich, spontan zu sein und bei deinen Unternehmungen die Initiative zu ergreifen. Er erinnert dich daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und den Geist der Erkundung anzunehmen. Diese Karte lädt dich dazu ein, deinen Leidenschaften zu folgen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Zusammen mit dem Ritter der Stäbe haben wir die Hohepriesterin. Diese Karte steht für Intuition, innere Weisheit und eine Verbindung zum Unterbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Intuition anzapfen und nach Antworten aus deinem Inneren suchen musst. Die Hohepriesterin lädt dich ein, auf deine innere Stimme zu hören und deinen Instinkten zu vertrauen. Sie erinnert dich daran, auf deine Träume und Gefühle zu achten, denn sie können wertvolle Erkenntnisse enthalten. Diese Karte steht für eine Zeit des spirituellen Wachstums und das Potenzial für tiefes Verständnis. Der Ritter der Stäbe und die Hohepriesterin bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Stäbe betont Action und Abenteuer, während die Hohepriesterin die Bedeutung von Intuition und innerer Weisheit hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du dich mutig für deine Ziele einsetzt und deinen Leidenschaften folgst. Sei spontan und vertraue auf deine Fähigkeiten, während du neue Erfahrungen und Möglichkeiten ergreifst. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Hohepriesterin, indem du deine Intuition und innere Weisheit anzapfst. Vertraue auf deine Instinkte und suche nach Antworten aus deinem Inneren. Achte auf deine Träume und Gefühle, denn sie können dir wertvolle Einsichten vermitteln. Diese Lesung steht für einen Tag der Aktion, der Intuition und des spirituellen Wachstums. Mach dir die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du mutige Schritte in Richtung deiner Träume unternimmst. Nutze die transformativen Qualitäten der Hohepriesterin, wenn du auf deine innere Stimme hörst und nach einem tieferen Verständnis suchst. Denke daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Vertraue auf deine Intuition und innere Weisheit, wenn du durch den Tag gehst. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Stäbe und der Hohepriesterin kombinierst, kannst du den Tag mit Enthusiasmus, Intuition und dem Potenzial für sinnvolles Wachstum und Erkundung angehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!